Hier haben wir den Lat-Zug. Wie der Name schon sagt, ihr seht ja hauptsächlich hier euren Lat-Bereich. Wir haben auch Muskeln sind ein bisschen involviert, Schulmuskulatur und Armmuskulatur natürlich. Der Sitz ist richtig eingestellt, wenn ihr gerade sitzen könnt und noch andere Griffe dran kommt. Und ein bisschen wieder schön gleichmäßig zu eurer Rüste an. Achtet darauf, dass ihr schön aufrecht sitzen bleibt und euch nicht von der Last nach vorne ziehen lasst jedes Mal. Und dann langsam ablegen. Wir haben hier noch ein Zusatzfluss-Rollzug über die Beine, was ihr noch individuell bestellen könnt, damit ihr genug Stütze nicht mehr getrunken sind und völlig nach oben getrunken werden könnt. Zum Schluss. Vielen Dank.